Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Ja, ich habe es die ganze Woche schon gesagt, ich will mal wieder mit Altcoins ein bisschen durchstarten. Die letzten Wochen hat sich einfach einerseits zeitlich nichts ergeben, andererseits ist der Markt absolut langweilig gewesen und drittens teilweise auch keinen Bock gehabt. Muss ich ganz ehrlicherweise so sagen. Auf jeden Fall werden wir uns heute ein bisschen Polygon bzw. Matic halt mal ein bisschen genauer anschauen. War so auch der Wunsch von der Community, war auch der Wunsch mit Dogecoin. Ich habe das auf dem Zweitkanal, glaube ich, jetzt hochgeladen. Da war nicht wirklich viel, deswegen habe ich mich jetzt für Matic entschieden. Habt ihr irgendwelche Wünsche, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Ansonsten, bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News oder sonstiges, kommt da gerne rein. Bei Fragen könnt ihr auch jederzeit in der Talkgruppe irgendwelche Fragen stellen oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, einfach reinjoinen. Link ist unten in der Videobeschreibung und wie gesagt, wenn ihr noch irgendeine Börse sucht, wo ihr das Ganze auch handeln wollt, kann ich euch nun meinen Partner BingX empfehlen. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung und ihr kriegt immer noch die Aktion mit 20 und 30 USDT vor Free Trades, die ihr nutzen könnt. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein ins Video. Genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei ungefähr 0,88 US-Dollar Cent. Wir sehen hier so eine leichte Aufwärtsbewegung, wenn wir das so ein bisschen mit Bitcoin etc. vergleichen. Ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen bullischere Bewegung als bei Bitcoin. Dort ging es ordentlich nach unten die letzten Tage. Im Matic-Chart sieht es eigentlich gar nicht so beschissen aus nach jetzigem Stand. Volumentechnisch haben wir hier sogar ein bisschen mehr Bewegung, als es auch, wie gesagt, bei den größeren Kryptowährungen momentan gefällt mir eigentlich ganz gut. Nur so richtige Aufwärtsimpulse haben wir auch hier nicht. Zuletzt haben wir jetzt hier an unserer kleinen Abtrendlinie wieder einen schönen Bounce gesehen. Volumen, Abverkaufsvolumen wurde alles wieder nach oben hin geschlossen erst einmal. Nächste Widerstände liegen hier im 4-Stunden-Chart. Einerseits hier oben dieser Orderblock, den wir bei ungefähr 0,89, 0,2 liegen haben. Das wäre jetzt auch erstmal so der erste kleinere Widerstand. Wir schauen uns das Ganze aber nochmal vorsorglich auf einen 1-Stunden-Timeframe an. Dort haben wir keinen Orderblock, das heißt nur im 4-Stunden-Chart diesen Orderblock. Haben aber nach unten hin noch ordentlich Volumen hier zu füllen. Also da, wo wir den Abtrend getestet haben, liegt halt noch eine Menge Short-Volumen. Man sieht es hier mit diesen Wicks, die wir hier nach unten geformt haben. Würde mich momentan ein bisschen beunruhigen, weshalb ich erstmal noch hier kurzfristig zumindest erstmal auf der Short-Seite bin. Wenn wir uns jetzt hier oben noch so einen kleinen Kasten hinmalen, beziehungsweise hier oben diese Widerstände reinzeichnen, sehen wir auch, okay, wir haben so eine Art Ascending Triangle, was sich hier jetzt langsam bildet. Das heißt, eine bullische Struktur, die sich hier langsam bei Matic vorformt. Und das übergeordnete Ziel würde hier oben eben bei unserem Golden Pocket liegen, nach jetzigen Stand. Man muss dazu sagen, auch long nach jetziger, in der Phase, wo wir uns gerade befinden, ist es absolut risky. Wir sind bei Bitcoin noch nicht in den 25k-Bereich gekommen. Wir haben uns die letzten Tiefs noch nicht geholt. Also hier muss man wirklich vorsichtig sein. Sollten wir hier überhaupt einen Long wagen, dann würde ich hier eher nochmal darauf spekulieren, dass wir nochmal in den Bereich der 0,85 runterkommen, die Liquidität hier unten aufsammeln und dann einen neuen Vorstoß nach oben hinkriegen. Ansonsten, Short-Trade-mäßig, sollten wir auf jeden Fall mal diesen Bereich hier oben bei den 0,90 im Auge behalten. Wir haben hier einerseits ein paar Wicks zu füllen, die es hier immer noch gibt. Das heißt, viel Selling-Pressure, die hier oben reingekommen ist, würde sehr, sehr interessant werden, wie wir hier oben eben reagieren, sollten wir hier diesen Push kriegen. Errors Eidern relativ hoch auf 1H und 4H. Wäre dann auf jeden Fall erstmal ein kleines Short-Signal, um zumindest wieder diesen Up-Trend nach unten hin zu testen. Brechen wir dieses Level, haben wir hier den nächsten Widerstand erst am 0,05er. Das liegt hier bei ungefähr 0,91, 0,92 US-Dollar-Cent, wo dann natürlich auch hier so unsere kleine Ineffizienz liegt. Und dann kommen wir schon in unser Golden Pocket, wo direkt darüber auch nochmal eine Ineffizienz liegt. Also es ist momentan schwer, hier auch ganz ehrlich bei Matic ein richtig sauberes Setup zu finden. Es gibt momentan nur zwei Möglichkeiten, die ich hier sehe. Einerseits den Short hier oben bei den 0,90 bis 0,90,5 ungefähr einzuwagen oder den Long eben hier ein bisschen tiefer. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Daily-Time-Frame, schauen uns das Ganze mal auf dem Großbild an, was wir hier möglicherweise noch für Möglichkeit haben. Man sieht hier auch deutlich abfallendes Handelsvolumen. Seit wir unser Top hier oben erst einmal gebildet haben, geht das Volumen im Endeffekt nur in eine Richtung nach unten. Will man jetzt natürlich in einem Aufwärtstrend nicht sehen. In einem Aufwärtstrend wollen wir immer sehen, okay, es steigt das Volumen, das Volumen nimmt zu in dem Fall. Und umso mehr hochs wir bilden, desto höher sollte auch das Volumen sein. Das sehen wir hier momentan nach jetzigem Stand einfach nicht. Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Sollten wir hier, wie gesagt, den Abtrend nach unten hindurch brechen. Sieht es wirklich übel aus und wir werden uns wahrscheinlich diesen Rig, den wir hier unten sehen, ich mache mal ganz kurz den Abtrend wieder weg, damit ihr das seht, diesem Rig hier unten bei den 0,81 wieder fischen. Und das ist auch momentan so mein Hauptaugenmerk, muss ich ganz ehrlicherweise so sagen. Vier Stunden Time-Frame, klar, können wir den Long wagen oder diesen Short eben, den ich gerade angesprochen habe. Aber übergeordnet würde mir eben der Hit in diese Box hier unten rein, bei den 0,80 deutlich, deutlich besser gefallen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal noch ein bisschen rauszoomen, machen das kleine FIP weg, was wir eben gerade im 4-Stunden-Timefilm besprochen haben, seht ihr auch diese gesamte Aufwärtsbewegung, Seite 0,31 US-Dollar-Cent bis ungefähr 1,57. Wenn wir dann das FIP-Level so von unten nach oben sehen, haben wir auch genau hier unten in diesem Bereich bei den 0,80, was so das übergeordnete Ziel weiterhin für mich ist, das Golden Pocket liegen. Ein Hit hier unten in diesen Bereich rein, wäre absolut bullish und ist auch einfach für alle Spotkäufer da draußen der nächste Punkt, wo ich sagen würde, okay, hier Spot einsteigen, ein 100% Move bis zu unserem High hier oben ist auf jeden Fall drin. Das wäre momentan nach jetzigem Stand einfach das Sinnvollste, wenn wir hier ins Golden Pocket nochmal reinkommen. Hier unten dann natürlich auch unsere Longs reinwagen und dann auch hoffentlich deutlich, deutlich mehr Volumen in den Markt kommt. Nachdem wir hier diesen Pump hatten bei den 0,75, wo wir dann den Anstieg hatten bis den 1,57, dort war das letzte signifikante Handelsvolumen eigentlich vorhanden. Diese Bereiche natürlich haben wir jetzt erstmal hier abgearbeitet, sehen wir auch, wenn wir uns den größten Wigs hier angucken, die wurden alle abgearbeitet. Nur dieser kleine Bereich hier bei 0,80, 0,81, der eben noch nicht. Das wäre dann, wie gesagt, der Spot- und Trade-Einstieg für uns erst einmal. Gut, das war es dann schon wieder eigentlich zu Matic. Kurz und knapp gehalten mit möglichen Einstiegen. Wie gesagt, das ist momentan wirklich echt schwer, generell im ganzen Altcoin-Markt irgendwie mal gescheite Setups zu finden. Ich habe es versucht, hier zumindest bei Matic, ein bisschen klarer darzustellen. Wie gesagt, müssen wir dann jetzt immer ein bisschen auf H1 und H4 auf jeden Fall mal ein bisschen gucken. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, teilen, Kanal abonnieren, Telegram-Gruppe joinen. Das war es auf jeden Fall wieder von mir. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Münsche habt, wie gesagt, schreibt es gerne in die Telegram-Entweder in die Talk-Gruppe oder ihr schreibt es unten in die Kommentare. Kommentare, das wächst alle gut besser. Und ja, dann war es das von mir. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Ciao, ciao.